Thema dieses Films ist der elektrische Stromkreis oder die Frage, warum elektrischer Strom fließt. Fließt elektrischer Strom wie Wasser? Fließt er nur bergab? Kann er schneller und langsamer fließen? Und woher kommt eigentlich der Strom geflossen, der aus der Steckdose kommt? Lauter Fragen, über die im Alltag niemand mehr nachdenkt, denn elektrischer Strom ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. ésdemann so hier das wykreyste wie Wenn der ist, wie die le den